Hi Leute und herzlich willkommen zu Part 6 von meinem Sims 4 Vampire Let's Play. Hier, ähm, Caleb schreibt, Mini, ich habe von einem Konzert in den verlassenen unterirdischen Kaufhaus im Modeviertel gehört, da müssen wir einfach hin. Am besten gehen wir um 22 Uhr los, damit wir auf jeden Fall reinkommen. Ja, es wäre schön, wenn das auch funktionieren würde dieses Mal. Ähm, und ich habe gerade gesehen, eigentlich sollten wir hier, wir sind ein guter Vampir, ich dachte, ich hätte, äh, nicht guter Vampir angeklickt, aber anscheinend wohl schon. Auf jeden Fall sollen wir einen Plasmabeutel trinken, 5 Freunde finden und 5 Tage ausgiebig in Folge aus, nicht ausgiebig trinken. Das heißt, ähm, züchte Plasmafrüchte, schaffe dir einen Vorrat und Plasmabeutel und tue alles erdenklich Mögliche, um dich nicht von Sims ernähren zu müssen. Ich hätte schwören können, ähm, na gut, egal. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier erstmal, nehmen wir hier die Kraftpunkte und teilen die auf. So, was gibt es denn hier für Schwächen? Machen wir erstmal ein Schwächen-unkontrolliertes Zischen. Ähm, löst bei anderen Ekel aus, von Schuldgefühlen geplagt? Ähm, nee. Schuldgefühle beim Trinken ohne Erlaubnis. Aha. Äh, vertrockneter Magen. Mini übergibt sich, wenn sie normale Nahrungsmittel zu sich nimmt. Ähm, schluderige Schlürferin. Der Durst von Mini wird beim Trinken weniger effektiv gestillt oder dünnhäutig? Ähm, ich bin ein bisschen unsicher. Das soziale Leben von Mini kann von Zeit zu Zeit einen unerwarteten Dämpfer erhalten, wenn sie unkontrolliert zischt. Das kommt merkwürdig rüber und ist auch mit einer Menge Spucke verbunden. Selbstkontrolle ist alles. Wenn Mini zu viel Mitgefühl mit ihrer Beute hat, ist sie gestresst, wenn sie von unwilligen Sims trinkt. Das, ich weiß nicht. Oh. Sich dem Anschein eines normalen Sims zu geben, ist schwierig, da Mini schlecht wird, wenn... Äh? Sich den Anschein eines normalen Sims... Oder das hier... Leider hat Mini ein Trinkproblem. Sie schlabbert beim Trinken, was zu exzessivem Verhalten führt und es dauert länger, den Durst zu stillen. Ne, dann werde ich mal hier, ähm, den vertrockneten Magen nehmen. Und was ist das hier? Mini beginnt ihre Vampirenergie und die verschiedenen Einsatzweisen zu studieren. Sie kann mit weniger Energie die gleiche Wirkung erzielen. Durch weitere Studien wird der Verbrauch von Vampirenergie noch stärker reduziert. Das ist doch ganz gut. Was ist das hier? Stets Willkommen. Mh, das ist cool. Aber ich weiß nicht so recht, was ist das hier? Halluzination hervorrufen. Fledermausgestalt. Persönlichkeit entblößen. Mh, das ist eigentlich ganz cool. Vampirerschaffung. Erhalte die Macht, andere Sims in Vampire zu verwandeln. Knoblauchimmunität. Befehligen. Kontrolliere die Gedanken anderer Sims. Das ist cool. Und das ist das. Vampirische Stärke. Vampirscharm. Widerspruch mit wiederbeseelter Aura. Das haben wir hier nicht, oder? Sorge dafür, dass Sims in der Nähe mini-attraktiv finden. Dann machen wir mal hier noch. Befehligen und vielleicht noch Halluzination hervorrufen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und Fledermausgestalt. Ööö. Ah, hier kann man schon sehen, was es gibt. Lebensgeist manipulieren. Ja gut, ich hebe das mal auf, die anderen drei. Und dann war es das. Hat sie? Ja genau, okay. Die sind jetzt da eingelöst. Ja, sie hat auch gleich die Schreibfähigkeit hier verbessert. Ich mache das noch ein bisschen schneller. Genau, jetzt. Jetzt kann sie wieder hier. Dann kannst du aufhören hier zu schreiben. Was müssen wir denn noch machen? Bücher lesen. Ach ja, Bücher lesen. Genau, dann soll sie das mal nach dem Duschen machen. Gibt das denn Spaß? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Soll sie einfach mal hier den zweiten Band lesen? Und dann mache ich das hier auch schneller. Denn hier beim Duschen zuzuschauen ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so spannend. Bei jemandem Luft machen, weil angespannt ist. Ach ja, weil sie seltsamer Durst, weil Vampir geworden ist. Okay. Das ist mir neu. So, dann soll sie mal ganz geschwind hier lesen. Ah, das ist gut. Das bringt Spaß. Das ist natürlich perfekt. So, wie sieht es hier aus? Zu 25% ist das Bücherlesen erledigt. Und wie sieht es? 50% Errungenschaft die ganze Nacht. Ach ja, weil wir nicht schlafen gehen, sind wir die ganze Zeit wach. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Was macht sie jetzt? Äh, hä? Du sollst eigentlich nur dein Vampirbuch lesen. Und das hat sie jetzt wohl hier. Und dann lesen. Hä? Wo ist jetzt der? Lucas Dark und die immer unwahrscheinlicher werdende Reihe von Zufällen. Ah, das ist wahrscheinlich eine Lemony Snicket Parodie. Hä? Wo ist denn jetzt das Buch hin? Ach. Mädel, mach das doch nicht. So. Dann liest das einfach noch weiter, denn das macht ja so viel Spaß. Immer noch so durstig. Aber Wasser genügt irgendwie nicht mehr. Drei Stunden noch? Okay. Und dann wird es endlich dunkel. Noch nicht jetzt auf jeden Fall. Was ist denn das Tränium? Vielleicht können wir das hier mal verkaufen. Dann den Dr. F. auf den Buddy. Und. Ich frage mich, was passiert. In ihrer ursprünglichen Form ist diese Pflanze nichts Besonderes. Wird sie jedoch als Zutat für Speisen oder Getränke verwendet, wirkt sie sich auf die Kreaturen der Nacht aus. Aber wie? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, ich könnte mal ausprobieren, das einfach zu essen. Irgendwie will ich das aber nicht. Ist das hier eine Vampirin? Nein. Bei ihr können wir, sie können, ach ja, jetzt können wir auch befehligen. Neue Pflanzen entdeckt? Mini hat erfahren, dass es besondere Zutaten für vampirische Rezepte gibt. Sie kann jetzt Plasmafrucht, Fingerhut und Sixam-Moskito-Feinsamen kaufen. Fingerhut? Aha. Was war das? Ach, aus Fröschen kann man Plasmabeutel herstellen. Das ist cool. Dann müssen wir unbedingt Frösche züchten. Dann müssen wir, wenn es dunkel wird, noch einen Frosch finden. Ja, was Sie lesen, ist abgeschlossen. Das ist perfekt. Dann kann sie ja einfach mal vielleicht ein bisschen dunkle Meditation betreiben. Redet die gerade mit dem Buch? Kann man hier ins Bücherregal. So, dunkle Meditation. Macht sie hier gerade? Okay, das war's schon. Ja, das ist okay. Ähm, jetzt will sie in Buch blättern. Okay. Dann soll sie mal vielleicht einfach ein Spiel spielen. Und zwar Blickblock. Denn sie ist ja ein bisschen angesprochen. Obwohl, sie hat viel Spaß. Dann braucht sie das nicht machen. Ähm, dann soll sie mal Vampirgeheimnisse. Eisenhutsamen kaufen. Eisenhutsamen. Ach so, das sind nur Samen. Okay, nee, die brauchen wir nicht. Dann soll sie einfach mal hier ein Buch, Kinderbuch schreiben. Nee, das ist natürlich blöd. Dann soll sie noch ein bisschen Schreiben üben. Denn sie muss es ja sowieso, damit sie noch besser wird. Ich mach das hier wieder ein bisschen schneller, denn das ist nicht das Spannendste. Oh, dann muss sie unbedingt hier, ähm, eine Plasmafrucht essen. Ah, hier ist ein Plasmabeutel. Dann soll sie mal nicht die Plasmafrucht essen, sondern aus diesem Plasmabeutel, von diesem Plasmabeutel trinken. Das war ja sowieso hier ihr Wunsch, einen Plasmabeutel trinken, fünf Freunde finden und fünf Tage in Folge nicht ausgiebig trinken. Mal sehen, ob wir das mit den fünf Tagen schaffen. Ich frag mich, ob das damit, ob das dazu zählt, wenn man nur leicht von einem Sim trinkt. Das würde mich mal interessieren. Und vor allem, wann wird es dunkel? Um 18 Uhr, glaube ich, wird es in Forgotten Hollow dunkel. Dann können wir rausgehen. Das ist auch sehr wichtig, weil wir dürfen hier nicht vergessen, den lieben Plasmabaum hier zu bewässern. Aber dem geht es ganz gut, ne? Levelaufstieg. Mini hat Level 3 der Fähigkeitsschreiben erreicht. Das ist perfekt. Okay. Jetzt ist sie angespannt, weil sie eine Schreibblockade hat. Das ist natürlich nicht so schön. Dann soll sie sich mal vor dem Spiegel ein bisschen zu beruhigen versuchen. Sich zu beruhigen versuchen. Okay. Ah, und jetzt wird es schon dunkel. Das heißt, jetzt geht das Nachtleben los. So, dann soll sie mal... Ah, hier, bewässern braucht sie gar nicht. Perfekt. Und dann möchte sie duschen. Das kann sie machen. Ein Schaumbad nehmen und baden. Oder baden. Dann soll sie mal hier... Bisschen... Ach, nee, möchte sie doch nicht. Nein, 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 stopp. Das brauchst du nicht. Jetzt duscht sie trotzdem. Ja, dann soll sie doch einfach mal... Hier waren hier nicht irgendwo auch... Vielleicht ist die ja jetzt... Kann man noch nicht ernten, okay. Soll sie die mal ansehen. Vielleicht kommt da ja... Was ist das hier? Das hier ist Eisenhut. Aber hier müsste ja eigentlich irgendwo auch noch Fingerhut sein. Eisenhut. Das war Eisenhut, ja genau. Das... Was ist denn mit ihr? Nancy... Ach, das ist Nancy Landgrab. Dann können wir die ja mal befehligen. Befehlen zu sitzen. Oh ja, Sitz. Mach Sitz nennt sie. Mach Sitz. Oh, wir hängen ja eigentlich die ganze Zeit in unserer dunklen Form rum. Vielleicht sollten wir das mal... Lassen. Dunkle Form verstecken vielleicht. Und dann... Wer ist denn sie? Machen wir das einfach mal. Befehligen zu trainieren. Der kann es nicht schaden. Die sieht ein bisschen... Ach, nee, sieht doch nicht so. So dick aus. Egal, dann werden wir hier ihr befehligen, zu trainieren. Macht sie das jetzt? Ja. Und er... Don Lothario. Oh, ihn können wir ja mal herbeirufen. Das wäre ganz schön, wenn das gehen würde. Nein, geht nicht. Okay, die Taube. Hat die Logikfähigkeit erworben. Ja, können wir mal ein bisschen machen. Das ist in Ordnung. Gibt es hier noch irgendwas zum Ernten? Hier gab es doch bestimmt noch irgendwas. Oder gibt es... Ah, die frisst gerade Mücken. Ah, die frisst gerade Mücken. Das ist natürlich cool. Wer ist denn sie? Brigitte Jansen. Können wir ihr mal befehligen, zu trainieren? Nein, ja doch, zu trainieren ist schon okay. Und sonst gibt es noch irgendjemanden, den wir noch befehligen können. Wer ist denn sie? Wie läuft sie vor allem? Ich muss mich mal eben schnell auf Pause machen. Ihr können mir auch was befehligen. Und zwar befehligen, zu sitzen. Das machen wir jetzt mal bei ihr. Wer ist das? Selina Brandenburg. So, sie trainiert jetzt dann gleich. Ja, sie trainiert jetzt gleich. Oh Gott. So was Verrücktes. Trainiert sie jetzt? Hm. Sie trainiert irgendwie nicht so richtig. Oh. Und die ist einfach irgendwie verschwunden. Okay. Dann machen wir jetzt aber mal geschwind... Oh, was ist das hier? Eisenhut. Das ernten wir jetzt. Nein, das ist... Eisenhut haben wir ja schon. Aber wir können ja Eisenhut auch verkaufen. Dann machen wir das einfach noch mit ihm hier. Hallo? Ah! Die laufen zu schnell. Die laufen einfach zu schnell. Ich kriege die nicht angeklickt. Plasma trinken. Befehligen, gemein zu sein, zu Christina Jansen. Warum nicht? Das probieren wir mal aus. So, jetzt geht das soweit? Ne, sie muss schon näher sein, ne? Und das hier ist auch Eisenhut. Gibt's denn hier keinen Fingerhut? Ja, doch, das hat funktioniert. Okay, dann soll sie jetzt aber mal hier Vampir... Oh, dunkle Meditation muss sie ganz dringend machen. Denn das sieht nicht so gut aus. Aber das lädt sich ja zum Glück sehr schnell auf. Dann machen wir am besten zwei Meditationen. Oh ja, die sind gemein jetzt zueinander. Und die laufen alle hier rum und sind befehligt. So, wie sieht das denn hier aus? Dann am besten nochmal Vampir... Äh, ne, geht das nicht? Ach so, Minnie schöpft immer noch Kraft aus ihrer vorangegangenen dunklen Meditation. Sie hat die Fitnessfähigkeit... Oh Gott, was ist jetzt sie? Die sitzt da... Ah, jetzt ist sie weg. Du machst gute Fortschritte in jeder Nacht. Indem du Erfahrungen als Vampir sammelst, erhöht sich dein Rang und es werden weitere Kräfte... Ah, indem du Erfahrungen als Vampir sammelst, erhöht sich dein Rang und es werden weitere Kräfte freigeschaltet. Das Studium der Vampirsager und das Training mit einem mächtigen Vampir sind ebenfalls gut geeignet, um Erfahrung zu sammeln. Erhöhe deinen Rang, indem du gegen andere Vampire kämpfst oder ausgiebig von normalen Sims trinkst, was allerdings nicht mein Stil ist. Ja, ist ja nicht so, dass er das nicht gemacht hat. Komm, du hast jetzt genug geschlafen. Singen üben? Okay. Energie geladen joggen. Ne, das soll sie nicht machen. Fitness brauchst du nicht. Du hast genug Fitness, weil du... Wo geht's denn hier hin? Ah, hier geht's zu dem... Herrn da hinten. Können wir den vielleicht mal besuchen gehen? Ach, keiner zu Hause. Na gut, dann nicht. Oder können wir den nicht einfach hier so besuchen? Dann müsste er ja eigentlich da sein, oder? Wenn wir das Zuhause von dem Grafen mit dem Grafen besuchen. Das wäre sehr schön. Und wenn du dich schneller drehst? Ja, genau. Perfekt. Ah ja, funktioniert doch. Dann sind wir mal hier. Zuspruch geben. Kräfte zeigen. Fesselnde Geschichte erzählen. Was gibt's denn da noch? Nach Karriere fragen können wir ihn mal. Hüftstoß. Ja, warum nicht? Oh, und der wahrscheinlich hat super viel Macht. Kompliment über Outfit machen. Warum nicht? Dann Vampir befehligen. Nee, den können wir um Vampirtraining bitten. Müssen wir ihn unbedingt mal. Kräfte zeigen. So, jetzt kriegen wir Vampirtraining von ihm. Nee, oder? Doch. Ja, genau. Jetzt werden wir hier unterrichtet. Und das ist super, denn der ist ja der Oberboss hier. Ah, wir haben zwei Kraftpunkte bekommen. Das ist natürlich auch sehr gut. Vampirkampf. Über Plasmaaromen reden. Ja, warum nicht? Und dann... Ach, das ist ja eine kurze Warteschlange. Oh, das war wohl nix. Das ist wohl schief gegangen. Okay, jetzt wird hier gezaubert oder wie auch immer man das nennen mag. Vampirkampf. Ah, und das war's. Okay, dann wollen sie mal hier noch Vampirkampf machen. Die verstehen sich ja eigentlich ganz gut, sind aber noch nicht so richtig... nicht wirklich befreundet. Hüftstoß. Zuspruch geben von Interessenspermen. Warum nicht? Ähm, das ist ein bisschen merkwürdig. Können die nicht ihren Vampirkampf da machen? Vampirkampf. Ich würde ganz gerne mit dir kämpfen, Herr Straut. Ah, hier ist auch noch eine Moskitofalle. Kämpfen sie jetzt? Uh, jetzt geht der Kampf los hier. Warte, er sieht so gruselig aus mit den... Ach, die Ohren, stimmt, die kann man ja auch noch verändern. Oh, sie hat gegen ihn gewonnen. Wow. Das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass der ein junger Erwachsener ist. Dann soll sie mal hier seinen Tag verschönern. Ähm, jemanden parodieren. Irgendwie an normales Leben zurückdenken. War doch auch ganz... Dann vielleicht noch über Plasma-Aromen reden. Und wir haben Level 3 der Fähigkeit Charisma erhalten. Vielleicht können wir hier bei dem Guten auch hier im Sarg schlafen. Das gibt ja auch Vampir-Energie. Das werde ich mal ausprobieren. Oder wir müssen für Mini einkaufen. Aber wir haben ja nicht so viel Geld. Deshalb würde ich sagen, machen wir vielleicht danach einfach nochmal eine dunkle Meditation. Oder das machen wir. Nein, das machen wir, wenn es frühmorgens ist und sie nach Hause gegangen ist. Oh, sie muss unbedingt auch was trinken. Sie hat Durst. So, dann soll sie mal hier einen Plasma-Beutel trinken. Und am besten noch einen, weil das gibt ja nur super, super wenig Hunger. So, den Plasma-Beutel. Level 4 der Vampir-Saga-Fähigkeit erreichen. Fünf Freunde finden. Fünf Tage in Folge nicht ausgiebig trinken. So, dann brauchen wir den jetzt hier noch als Freund unbedingt. Über alte Vampire tratschen. Machen wir mal ihm ein Kompliment über das Outfit. Über Grundbesitz plaudern. Ja, das hört sich zwar irgendwie langweilig an, aber... Erzählen wir mal noch eine fesselnde Geschichte. Vielleicht noch was Lustiges. Klopf-Klopf-Witz. Vampir-Witz machen. Vielleicht gibt es ja da noch lustigere als... Die, ähm... Fragen wir mal noch nach seinem Tag. Diesen aus dem letzten Part. Der war ja nicht so der Wahnsinn. Der, ähm, Witz. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Und dann müssten die beiden ja auch bald befreundet sein, oder? Das wäre sehr schön. Was sagt ein Vampir, wenn er aus dem Finanzamt kommt? Diese Blutsauger. Ha! Oh Gott. Naja, die sind wirklich nicht ganz so lustig. Hä? Ist er jetzt verschwunden? Na gut. Was wird das hier? Zuschauen. Oh, er spielt Orgel. Oh. Oh, er kann gut Orgel spielen. Definitiv. Sie ist inspiriert. Melodie der wandernden Seelen. Oh, okay. Dann werden wir ihm mal hier neue Erfindungen beschreiben. Was auch immer das sein soll. Und dann einfach nochmal ein Vampirkampf. Nö, ähm, noch was Freundliches auf jeden Fall. An normales Leben zurückdenken. Über Träume reden, dass sie auf jeden Fall, äh, hier Freunde werden. Das, ah, er ist schon ein Freund. Perfekt. Dann haben wir jetzt zwei von fünf. Dann müssen wir uns vielleicht auch noch mit Lilith anfreunden. Äh. Ist das ein Gehirn? Nee. Ah, das ist, äh, mein Vogelschnabel. Ein Vogelkopf. Gruselig. Ach, wir können auch Vampir spielen. Äh, Klavier spielen. Wie komme ich denn jetzt auf Vampir? Dann soll sie mal vielleicht aber noch einen Dingsbeutel, Plasmabeutel trinken. Alles klar. Okay. Ähm, über neues Spiel reden. Nach Lieblingsautor fragen können wir ihn ja mal. Und hatten wir ihn nicht schon nach der Karriere gefragt? Fragen wir einfach nochmal. Ähm. Waren hier nicht auch irgendwo noch? Hier waren doch noch Plasmafrüchte irgendwo hier. Hier. Hä? Ich habe doch hier Bäume gesehen. Oder bin ich jetzt blind? Das letzte Mal war, glaube ich, boah, ist das... Ah, hier, genau. Können wir den ernten? Ernten. Und war dann nicht noch irgendwo hier was? Nur die Moskito-Falle. Hier war, glaube ich, nichts mehr. Nee, hier sind nur die Dinger. Da müssen wir mal noch gucken nach irgendwelchen Steinen. Denn hier, genau. Hier sind... Oh, hier sind super viele. Dann soll sie mal hier nach Schatz graben. Und dann graben. 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 Und graben. Ui, hier fliegen Fledermäuse. Ah, die fliegen da raus. Genau, aus dem... Dings. Oh, schade. Hier geht es nicht weiter. Das sieht schon extrem cool aus. Und hier war doch noch irgendwas. Hier, genau. Hier war noch ein Plasmabaum. Und irgendwo waren doch hier auch noch Frösche. Zumindest nicht hier. Dann soll sie mal aber hier noch nach Schatz... Ach so, graben. Die Warteschlange ist voll. Dann soll sie hier mal geschwind nach dem Schatz graben. Und... Dann können wir den da noch anklicken. Den Stein. Hallo, wie lange brauchst du denn? Puh, die Augen da sind schon echt gruselig. Ach so, sie läuft da wahrscheinlich erst noch hin. Dann mache ich das mal hier auf ganz schnell. Los, 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 los. Schneller, schneller. Jetzt gleich, oder? Jetzt, genau. Dann graben. Mini hat eine Kapsel ausgegraben. Das ist sehr schön. Wo ist jetzt der Plasmabaum hin? Hier, genau. Da müssen wir auch noch gleich ernten. Und... Dann gehe ich mal einfach auf sie. Dann können wir hier nämlich zuschauen. Wie sie das hier schnell alles ausgräbt. So, sie möchte einen Bonsai kaufen. Oh ne. Selbstsicher werden möchte sie auch. Und jetzt geht sie den kompletten Umweg. Hä? Ach, ja. Der totale Umweg. Schön graben, 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 graben. Oh, wir haben 15 Plasmafrüchte. Das ist sehr gut. Aber wir brauchen Spaß. Oh, und wir müssen ganz, ganz dringend nach Hause gehen. Reisen. Und zwar... Ist der jetzt eingeladen? Ne. Okay, jetzt ist er nicht mehr eingeladen. Gut, dann reisen nach Hause. Denn die Arme soll nicht so viel Sonne abbekommen. Das darf sie nicht. Aber wir müssen, glaube ich, die Pflanze noch gießen, oder? Wisst, das habe ich vergessen. Müssen wir mal gucken, ob man die gießen muss. Muss man die gerade bewässern? Nein. Nein, okay, muss man nicht. Dann geh ganz schnell hier rein. Oh je, die Arme. Oh, da verliert man aber super schnell Energie. Oh je, oh je, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh, Gott sei Dank. Geschafft. Pfiuh. Gut, dann soll sie jetzt mal noch dunkle Meditation machen. Und zwar am besten mehrmals. Denn sie muss ja auch noch arbeiten gehen heute. Und ja, ich werde den Part jetzt hier beenden. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst doch einen Kommentar, einen Daumen oder ein Abo da. Das würde mich riesig freuen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.